Wir sind im Salento und zwar sind wir heute auf einem wunderschönen Weingut und neben mir steht jemand, der uns kann uns dafür sehr viel mehr erzählen. Wen haben wir hier? Also Vincenzo, wir sind hier in Torre Santa Susana, Brindisi, Salento. Wir haben hier eine Kantine, die heißt Tenute Belle Marina, das ist ein Wein Rosé, ein Blend mit Primitivo, Negramaro, El Ambrusco, Fritzanter. Seit wann gibt es denn dieses Weingut? Seit zwei Jahren, ist er neu, aber unsere ganzen Weintrauben sind seit 50 Jahren. Die Pflanzen sind schon seit 50 Jahren da und sind sie autochton oder? Ja, Primitivo Dock hier, das ist das Land von dem Primitivo, Primitivo Dock. Ja. So, wir haben den Standort gewechselt. Man sieht also, es sind große Fässer hier am Start. Was gibt es denn noch für Sorten hier? Also hier haben wir Primitivo Dock, Negramaro, Fiano. Dann haben wir die Linie Barrick, das sind Primitivo und Negramaro. Das ist ja mal eine schöne Selektion, eine schöne Auswahl, sage ich mal. Jetzt ist es natürlich noch interessant, wo kann man denn in Deutschland sowas kaufen, beziehungsweise vielleicht sogar in Berlin? Also, wir können das zuschicken überall in Deutschland, auch keine Kartönchen oder Flaschen, kein Problem. Sozusagen Sie haben einen Onlinehandel. Genau. Das ist doch mehr wollen wir doch nicht wissen, das ist doch genau das. Unsere Website ist www.tenutebellmarina.it Es ist eine junge Frau, die hat viele Aroma. Wir glauben, das ist eine sehr gute Wahl für die neue, äh, zwei, äh, neuesten. Danke. So geht es. Vielen Dank.